Die Leute setzen die Maske auf, weil sie Angst haben, sich sozial zu isolieren und machen das mit, weil alle anderen das machen und keiner weiß, wie er das ändern soll. Und das stimmt ja auch. Wir haben doch wahrscheinlich, ich würde davon ausgehen, drei Viertel der Bevölkerung, die das alles mitmacht. Und die achten dann auch darauf, wenn man die Maske nicht richtig auf hat. Mit großer Aggressivität. Mit extremer Aggressivität, weil das sozusagen, die sind identifiziert mit dieser Lösung. Also machen Sie es nochmal ganz einfach. Angst versetzt einen Menschen in einen Zustand, wo es im Hirn durcheinander kommt. Da entsteht ein Durcheinander. Man kann dann nicht mehr richtig nachdenken und planen. Und dieses Durcheinander rutscht dann im Hirn immer tiefer und erreicht dann auch die Bereiche, die für den Körper zuständig sind. Und dann spürt man das, wir nennen das dann im Wirkegriff der Angst. Dann geht es durch den ganzen Körper durch. Das ist ein schwieriger Zustand, den kann keiner lange aushalten. Und deshalb suchen Leute sofort nach einer Lösung. Und eine Lösung kann es eben sein, dass man sich an das hält, was sogenannte Experten einem dann vorschlagen. Oder was Behörden, die da irgendwas zu sagen haben, was die dann vorschlagen. Und dann macht man das. Dann ist man erstmal die Angst los. Dann wünscht man sich aber, dass das natürlich auch alle anderen machen. Und deshalb wird jeder bekämpft, der das nicht mitmacht. Das ist die eine Variante, die endet im Extremfall dort, wo, das sieht man ja auch manchmal, wo Leute ganz allein im Wald spazieren gehen, mit einer Maske. Das heißt, die merken dann auch nicht, dass das eine Situation ist, in der es absoluter Schwachsinn ist, da so eine Maske aufzusetzen. Sondern das ist ihnen, ich sage ich, in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie diese Maske tragen. Das ist sozusagen eine Bewältigungsstrategie der Angst, die die gefunden haben. Und die wird im Hirn, das will ich jetzt nicht in der Tiefe, aber die wird im Hirn sozusagen, das sind ja Netzwerke, die dabei aktiviert werden, dass man das als Lösung findet, um mit seiner Angst umzugehen. Und diese Lösungen, die man findet, um mit seiner Angst umzugehen, die werden im Hirn immer fester. Das hängt damit zusammen, dass immer dann, wenn man eine Lösung findet, im Hirn Botenstoffe ausgeschüttet werden, die die Vernetzungen, die man benutzt hat, um diese Lösung umzusetzen, dass die dann in Anführungsstrichen gedüngt werden. Und deshalb werden Leute, die eine bestimmte Lösung gefunden haben, die rennen dieser Lösung immer mehr hinterher. Und das schöne Bild, was man sich da machen kann, ist, da werden als dünnen Nerven wegen, werden da allmählich Straßen und dann Autobahnen. Und auf denen sind sie dann unten. So, und da gibt es eben zwei Extreme dieser Angstbewältigung. Die eine besteht in der, die ich eben geschildert habe, dass eben man nach Rettung sucht und dann einen Retter findet, der meint, er wisse, wie es geht und dann hält man sich an das, wenn man das glaubt, was der sagt. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung das auch noch glaubt, dann wird es noch leichter und dann hält man sich an das, was da an Vorgaben vorgegeben wird mit dem Ergebnis, dass man dann auch nicht mehr lange fragt und das auch alles für richtig hält. Das ist, da können Sie mit Argumenten kommen, so viel Sie wollen. Das ist deren, das ist ja keine kognitive Leistung, sondern das ist deren Strategie, die Sie brauchen, weil sonst würden Sie sofort wieder in Angst stürzen. Also wenn Sie denen sagen, nehmen Sie die Maske ab, Sie sind doch hier im Wald alleine, würde der sagen, sind Sie verrückt. Also der kann das gar nicht absetzen, weil das ist seine Lösung, die er gefunden hat. Damit geht die Angst weg. Und wenn man die Maske wegnimmt, hat er sofort wieder Angst.